Bewegen, sich bewegen. Nicht die Tür öffnen, solange sich der Zug bewegt. Gehen, zu Fuß gehen. Wir hatten kein Auto, also mussten wir zu Fuß gehen. Sich drehen, sich umdrehen. Ella drehte sich um und winkte uns zu. To jump. Springen. Showjumpers must be able to jump over high fences. Springpferde müssen über hohe Zäune springen können. To get on. To get in. Einsteigen. Brenda got on the train just before it departed. Kurz bevor der Zug abfuhr, ist Brenda eingestiegen. Why don't you get in the car and wait for me? Warum steigen Sie nicht in den Wagen ein und warten auf mich? To get off. To get out. Aussteigen. Get off at the next station. I'll pick you up. Steig am nächsten Bahnhof aus. Ich hole dich ab. Catherine got out of the taxi and rushed into the hotel. Catherine stieg aus dem Taxi aus und eilte ins Hotel. Quickly. Schnell. Young children learn very quickly. Kleine Kinder lernen sehr schnell. Fast. Schnell. Sie ist eine schnelle, aber vorsichtige Fahrerin. Slow. Langsam. Tim thought he would win the race, but he was too slow. Tim dachte, er würde das Rennen gewinnen, aber er war zu langsam. To sit. Sitzen. Excuse me, is anyone sitting here? Verzeihung, sitzt hier schon jemand? To come. Kommen. Benjamin wants you to come to his birthday party. Benjamin möchte, dass du zu seiner Geburtstagsfeier kommst. To get. Kommen. Hinkommen. How can we get there without a car? Wie kann man da ohne Wagen hinkommen? To get. To arrive. Ankommen. Thank God we got there in time. Gott sei Dank sind wir rechtzeitig angekommen. The train arrives in London at 10.30 a.m. Der Zug kommt um 10.30 Uhr in London an. To return. Zurückkommen. Karl left on the 15th and will return on the 20th. Karl ist am 15. abgereist und wird am 20. zurückkommen. Ich würde gern bleiben, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Um den Bus zu erreichen, muss ich um halb acht weggehen. To pass. Vorbeifahren. Barbara winkt mir jedes Mal, wenn sie an meinem Haus vorbeifährt. To stay. Sich aufhalten. Wir hielten uns nur wenige Minuten am Gipfel auf. Wir hielten uns nur wenige Minuten am Gipfel auf. Wir hielten uns nur wenige Minuten am Gop. Wir la PA-PO protest. Wir feilen uns nur wenige Stunden am Gop. Wir fangen uns nur wenige Minuten am Gop. Wir fangen ph nessas. Untertitelung des ZDF, 2020